Hallo, ich bin Lara Donolato. Ich mache meine Ausbildung bei Leonhard Weiß als Kaufrau für Büromanagement und bin momentan im zweiten Lehrjahr. Ich kümmere mich um die ganzen kaufmännischen Abläufe im Hintergrund und ermögliche somit einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle sowie eine gute Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Ich richte Besprechungsräume anschaulich her und darf darüber hinaus auch mit meinen Kollegen zusammen Besprechungen planen und organisieren und das freut mich eben auch, weil ich ja einfach viel Verantwortung übernehmen darf, obwohl ich ja noch in der Ausbildung bin. Alle Rechnungen, die bei uns eingehen, werden eingepflegt und ich kontiere die dann und schaue, ob alles mit dem Lieferschein übereinstimmt und wenn alles passt, dann gebe ich die Rechnung frei und verbuche sie im Anschluss. Hier schaue ich immer regelmäßig rein, damit wir auch das Konto ziehen können, weil da eben am Ende vom Jahr schon eine ordentliche Summe zusammenkommt. Also, das darf man nicht unterschätzen. Vom Bauleiter bekommen wir Eckdaten von der Baustelle und die pflege ich dann in unsere Software ein und durch diese Tätigkeit wird die Baustelle dann angemeldet, sodass dann auch Rechnungen auf die Baustelle laufen können. Es war eine gute Entscheidung, dass ich mich bei Leonhard Weiß beworben habe, weil ich wirklich von Anfang an integriert war und mir wird immer wieder Verantwortung übertragen und dadurch wird mir auch Vertrauen entgegengebracht. Ich habe ein Problem. Ein Mitarbeiter ist ausgefallen. Kannst du das bitte in die Mitarbeiterplanung eintragen? Ja, das kann ich machen. Dann komm ich schön drüber, dann machen wir das kurz zusammen. Mitarbeiterplanung ist ein ziemlich anspruchsvolles Thema, besonders wenn jemand kurzfristig ausfällt und man einfach schnell für Ersatz sorgen muss. Ersatz ist organisiert. Jetzt haben wir uns das Wochenende verdient.